Gäbe es kein Wasser, so gäbe es auch kein Leben auf der Erde. Wasser ist Teil jedes Körpers und der gesamten Natur. In Österreich prägt ein dichtes Netz an Flüssen und Bächen die Landschaft. Hier ist Wasser Lebensraum, aber auch Lebensmittel, Energielieferant, Transportweg und Freizeitpartner. Somit ist klar, Wasser geht uns alle an. Deshalb hat das Lebensministerium die Generation Blue ins Leben gerufen. Die Generation Blue ist eine Online-Plattform für junge Menschen. Sie bietet Wissenswertes zu Flüssen, Bächen, Seen und Gletschern und gibt Informationen über Wassergefahren und Wasser als Lebensmittel, Wasserkraft und Wasserspaß. Generation Blue ist auch vernetzt. In sozialen Netzwerken geht es um den Meinungsaustausch, bestöhnliche Eindrücke und die Erfahrungen mit Wasser. Generation Blue ist Teil von erfolgreichen Projekten wie dem Trinkbus, der Daniel Challenge sowie Obst und Gemüse lieben Wasser und der Wasserwerkstatt. Generation Blue ermöglicht die aktive Auseinandersetzung mit der Naturressource Wasser. Und das neueste Projekt der Generation Blue ist Uncut. Uncut ist ein Web-Video-Wettbewerb. Wasser ist hier Kreativität, Action, Spaß und Freizeit. Gezeigt werden Wassersportarten aus der Sicht von Sportlern. Egal ob unter ihm oder auf dem Wasser, flüssig oder gefroren. Teilnehmen können alle österreichischen Sportvereine mit Bezug zu Wasser. Und wie funktioniert das? Ganz einfach. Blue GoPro anfordern, selber filmen, Blue GoPro Retour senden, Profis schneiden lassen, Video online sharen, posten, liken, tweeten und die meisten Stimmen für das eigene Web-Video abholen. Denn zu gewinnen gibt es auch etwas. 1000 Euro für die Vereinskasse. Was war's? Nein, für den Kopf gibt es auch noch etwas. Mit Wissensflut TV bietet die Generation Blue ein neues Wissensweb-Video-Format. Und wer wissen will, wie Wissensflut aussehen wird, schaut sich am besten dieses Web-Video gleich noch einmal an. Weitere Wissensweb-Video-Folgen und mehr